hallo da bin ich wieder ich wollte mal eigentlich nur ein foto machen letztens und da habe ich ja auch auf youtube gesetz dieses mit diesem emoji wie heißen die dinger ein modi ist da und das foto mit meinem kollegen geschickt der schreibt dann wieder habe da neue entwerter das hat mich dann wieder auf eine idee gebracht dann habe ich mir mal so wirklich vorgestellt wieder aussehen würde ich als emoji dahinten oder so guckt euch mal das ist mir dabei eingefallen schönen guten tag ich habe hier in vierer karte wo ist hier der entwerter ah hinten ok ja das war doch mal ganz andere so süße entwerter und dann dann haben die leute auch spaß daran den immer zu entwerten hier läuft gerade eine frau die lacht auch schon darauf und sei ruhig ich brauche kein mensch jetzt im moment so und stell euch mal vor ich würde so fahren und grüße die leute so was wir gucken würden natürlich mache ich sowas nicht nur als gag als karnevals gag habe ich mal sowas gedreht aber auf die idee hat mich der rudy gebracht mein ehemaliger chef wo ich mit diesem foto geschickt habe der hat mich dann auf die idee gebracht oh habt ein neuer entwerter und das ist dabei rausgekommen ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht und man sieht sich wieder nächstes mal natürlich dann ohne diese kappe euer Mehmet Oey, Ciao! So! So! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.